Das ist die berühmste Schessburg. Ich war hier im Oktober mit meiner Schwester und jetzt komme ich zurück mit meinen Kindern und meiner Frau. Und meiner Frau gefällt sehr sehr viel dieser Plätze. Auch meine Sohn, sie heißt Jonathan und meine Tochter, sie heißt Jessica. Und jetzt, Sie können die große Stufe, 200 Meter hoch, die geht ganz oben. Vielen Dank.